Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine liebe Dropshipping-Community und zu einem, glaube ich, mega genialen Update. Es gibt nämlich ab sofort eine Telegram-Gruppe für das Dropshipping, also meine Telegram-Gruppe, Dropshipping-Telegram-Gruppe in der Hinsicht, wo diverse Themen behandelt werden. Es gibt einen Infokanal, wo nur ich posten kann. Das heißt, ich gebe euch da Updates und Infos, wenn ich was Neues weiß, irgendwas Neues hinzukommt oder ein super wichtiges Video kommt. Aber, und dann gibt es eine Gruppe, die in mehreren Sparten unterteilt. Ich zeige euch das dann gleich in Screen Monitoring. Aber da könnt ihr euch untereinander unterhalten. Und ich denke mir, diese Telegram-Gruppe, ich mit meiner Reichweite, kann euch da eine wirklich gute Plattform bieten, wo ihr euch untereinander connecten könnt, gegenseitig helfen könnt, unterstützen könnt, Fragen stellen könnt. Und ich denke, dass das, gerade beim Dropshipping, wo sehr viele Fragen offen sind, es gibt so einen großen Bereich in Dropshipping. Der ist ja doch sehr komplex, wenn man das genau nimmt. Und jeder hat natürlich mehr Erfahrung in anderen Bereichen, damit man da wirklich Unterstützung bekommt. Oder vielleicht auch zusammen was aufzieht. Wer weiß, welche Business-Möglichkeiten sich da für den einen oder anderen ergeben. Also, ich denke, dass das wirklich gut ist, da mich nämlich in Instagram jemand gefragt hat, hey, Telegram-Gruppe erstellen. Ich habe mir das nämlich schon länger gedacht auch mal, dass wir das machen. Und das ist halt jetzt umgesetzt. Genau, wir werden einfach hineingehen, jetzt ganz kurz in das Screen-Monitoring. Und mir ist etwas wirklich wichtig. Also, by the way, ihr habt den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da hinaufkriegt, kommt ihr dann dorthin, wo ich euch jetzt gleich hinleite. Mir ist noch etwas wirklich unbedingt sehr, sehr wichtig. Und das geht der höfliche Umgang miteinander untereinander. Das werde ich auch an den Gruppenregeln sehen. Es gibt nicht viele. Gruppenregeln sind sehr klein, sehr kurz. Es geht einfach nur, wir wissen, es gibt sehr viele Leute, die haben begonnen. Es gibt viele Fragen. Man kann diese dann auch höflich hinweisen. Hey, das findest du in den Videos oder google das doch mal. Aber ansonsten ist mir wichtig, ein respektvoller Umgang. Was ich auf gar keinen Fall dulden werde, wenn hier Leute verarscht werden, wenn hier Shops schlecht gemacht werden, Werbeanzeigen, die vielleicht geteilt, wo gefragt wird. Ähnliches, wo sich irgendeine Unterstützung geholt wird. Das hier respektloser Umgang herrscht. Damit komme ich wirklich nicht klar. Und das werde ich auch nicht sehen. Das heißt, diese Person würde dann auch ganz schnell fliegen. Das muss ich sagen, wie es ist. Man kann konstruktive Kritik geben, wenn irgendwer etwas komisch rüberkommt. Ja, das auf jeden Fall. Aber mir ist wirklich wichtig, dass sich jeder da drin wohlfühlt, egal wie lang oder kurz dieser schon in dieser Thematik aktiv ist. Deswegen jetzt zum Screen Monitoring. Das heißt, wenn ihr auf den Link klickt, egal ob es jetzt per Smartphone oder per Desktop ist, dann kommt ihr auf diese Seite. Und das ist eigentlich so diese grobe, beziehungsweise nicht grobe. Es ist einfach dieser Kanal, wo alles drinnen ist. Und da seht ihr dann einmal die K-Dropshipping-Gruppe. Das heißt, da kann jeder schreiben. Ich klicke noch gleich rein und wir gehen einiges zusammen durch. Und dann haben wir noch die K-Dropshipping-Infos. Die K-Dropshipping-Infos sind tatsächlich nur etwas, wo ich posten kann. Aber hier ist das was anderes. Wenn ihr hier auf K-Dropshipping klickt, da seht ihr schon, es gibt einmal den General Chat. Das heißt, da kann man sich einfach allgemein unterhalten und ähnliches. Aber nachdem wir doch ein komplexeres Thema haben im Dropshipping, habe ich hier weitere Folder, also Ordner erstellt, die ich vielleicht auch noch erweitern kann. Vielleicht Notfallhilfe. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen dann, wenn wir das schreiben, in diesem General Chat. Aber wir haben dann noch Lieferanten und Agenten. Wir haben die Produktsuche. Wir haben Facebook Business Manager. Ich weiß nicht, wenn ihr das wollt, kann ich das natürlich schon auf Meta-Ads umwandeln. Facebook Business Manager ist halt für die meisten noch dieser Suchbegriff. Ein Hilfebereich für Shopify. Und das können wir natürlich noch erweitern, damit nicht alles in einem Chat geschieht. Weil da kann natürlich, der eine braucht die interessante Infos zu Lieferanten, dann Produktsuche, der andere wieder zu Facebook Business Manager. Und wenn wir alles hier haben, wäre das zu viel. Deswegen ein allgemeiner Chat. Dann verschiedene Bereiche. Was wir vielleicht auch noch Thema machen werden, ist das Thema Steuern. Falls hier irgendwie auch jemand Ahnung hat, müssen dann natürlich ein Disclaimer hineinkommen. Aber einfach als Hilfestellung, was da eben so drinnen ist. Und hier jetzt auch nochmal zu den Gruppenregeln. Bitte seid so nett, haltet euch daran. Ihr steht ja auch schon. Willkommen in der Dropshipping-Gruppe von Manuel K. Nutzt diese Plattform, um euch auszutauschen, mit Gleichgesinnten zu connecten. Und Hilfe bei Problemen und Fragen zu bekommen. Kurz zu den Gruppenregeln. Und das meine ich ganz kurz und simpel. Wir sind nett und höflich zueinander. Kein respektloser Umgang. Personen schlecht zu machen oder lächerlich anzusehen, ist ein No-Go. Egal, ob es um Shop, Werbung oder Person geht. Muss ich wirklich sagen, jeder, der gerade diesen Punkt hier angeht, wird sofort gekickt. Und konstruktive Kritik ist natürlich komplett okay. Ihr könnt Kritik geben. Diese soll aber nicht jetzt in einer abwertenden Methode geschehen. Und da habe ich auch nochmal geschrieben, wir haben alle irgendwann begonnen und wissen daher, wie schwer es sein kann. Deswegen auch den Anfang einer Chance geben und notfalls auch auf Artikelvideos und ähnliches verweisen. Das ist mir wirklich wichtig. Und hat jetzt ein bisschen länger gebraucht, bis die Kamera gewechselt hat. Genau. Ich werde mir das ein bisschen anschauen dann in der Gruppe. Wer ist aktiv? Wer ist wirklich hilfreich? Wer macht gute Dinge? Ich kenne das nämlich auch aus meinen Crypto-Telegram-Gruppen. Und da werde ich dann schauen, dass ich auch Admins ernenne. Also ich brauche unbedingt Admins, die mir da ein bisschen unterstützen da drin, die auch sagen, hey, die sind dieses Thema, die wollen das. Denen ist auch nicht so viel Arbeit. Es gibt hier natürlich keine Verpflichtung. Aber einfach die, die das Recht haben, Leute zurechtzuweisen, die das Recht haben, Leute zu blockieren. Oder wenn hier irgendwie Spam-Leute hineinkommen wollen, die irgendwie was verkaufen wollen, was anderen wollen. Ihr wisst, es gibt überall diese Scams, damit diese dann gleich aus der Gruppe gekickt werden. Das sind oft Bots und ähnliches. Genau. Das war es eigentlich auch schon. Kurzes, knackiges Video. Schau den Link in der Videobeschreibung. Kommt in die Gruppe. Aber ich werde mich jetzt auch natürlich aktiv dann mit euch unterhalten da drin, wenn es um die Fragen geht. Bin nur gerade etwas länger in Dubai. Das heißt, sollten wir mal antworten länger da. Und bitte auch nicht böse sein. Und teilt den Link vor allem mit anderen Leuten, die auch Dropshipping betreiben. Ich denke mir, dass wir hier wirklich eine gute Plattform haben dann, wo wir uns gegenseitig austauschen, beziehungsweise gerade ihr euch wirklich sehr viel gegenseitig austauschen könnt, connecten könnt und da eben vielleicht das nächste Level in Dropshipping zu erreichen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, liken, teilen, kommentieren, vor allem ein bisschen Algorithmus pushen und bis zum nächsten Video.